Mein Nachbar benutzt es und es gibt das ganze Jahr über kein Unkraut im Garten. Ein 2014 neu eingeführtes Herbizid aus reiner schwarzer Glucose. Das Unkraut und verrottende Pflanzen am Morgen entfernt. Wirkt am Nachmittag und stirbt innerhalb von drei Tagen ab. Es schadet den Wurzeln nicht. Beeinflusst die Pflanzen nicht und beeinflusst den Boden nicht. Es tötet mehr als 100 Arten von Unkraut. Egal welches Unkraut. Es kann leicht entfernt werden. Mischen Sie zwei Flaschendeckelflüssigkeit mit Wasser auf einmal. Sprühen Sie gezielt auf Unkraut. Alle Arten können vollständig ausgelöscht werden. Verwenden Sie es einmal. Es ist für drei Jahre wirksam und hält das Haus sauber. Die Wirkung übertrifft die Erwartungen. Es spart Geld. Es kann in allen Anbaugebieten verwendet werden. Ob im Garten oder Obstgarten. Der Hersteller hat eine Kaufe 1. Bekomme 1 Promotion. Bestellen Sie heute für 18 Euro. Wenn Sie das Unkrautproblem im Garten lösen möchten, müssen Sie es ausprobieren.